In Microsoft 365 gibt es ständig spannende neue Funktionen. In unserem August-Update haben wir deshalb das Wichtigste der letzten Wochen zusammengefasst. Viel Spaß damit, los geht's! Erste neue Funktion, Meetings automatisch aufzeichnen. In den Besprechungsoptionen eines Teams-Meetings gibt es seit einigen Tagen die Möglichkeit, dass man Meetings automatisch aufzeichnen kann. Ich muss also nicht mehr manuell die Aufzeichnung am Anfang des Meetings starten, mit der Gefahr, das dann zu vergessen, sondern ich kann die Aufzeichnung schon beim Anlegen des Termins hier aktivieren. Und das finde ich schon eine sehr praktische Funktion. Natürlich muss man bei Videoaufzeichnungen auch immer den Datenschutz im Blick behalten und genau dazu gibt es nochmal zwei weitere spannende Ankündigungen für die nächsten Wochen. Erstens wird es bald möglich sein, ein Verfallsdatum für aufgezeichnete Meetings festzulegen, also dass eine Videoaufzeichnung zum Beispiel automatisch nach vier Wochen gelöscht wird. Und zweitens wird es nochmal eine Option geben, auch hier in den Besprechungsoptionen, dass in Meetings zukünftig nur noch Personen, die im Spotlight sind oder geteilter Content wie eine PowerPoint-Präsentation zu sehen sind. Alle anderen Personen, die nicht im Spotlight sind, sind dann bei der Aufzeichnung nicht mehr zu sehen. Das hilft natürlich insbesondere bei Datenschutzthemen, weil dann eben außer dem Referent und den geteilten Medien nichts mehr auf der Aufnahme zu sehen ist. Zweite neue Funktion, Mein Tag in Outlook Web. Die nächsten neuen Funktionen drehen sich alle um die Web-Version hier von Outlook. Hier passiert zurzeit neben Microsoft Teams auch ziemlich viel. Also, dass wir in Outlook Web auf Microsoft To-Do zugreifen können, ist nichts Neues. Ich kann hier oben mit einem Klick auf dieses Symbol hier erstmal den Kalender öffnen. Dann ist es so eine Kombination aus Terminen, aus Aufgaben, je nach Tagen sortiert, einfach wie so eine Agenda für den Tag. Und ich kann aber auch hier umschalten auf nur die Aufgaben, auf Microsoft To-Do. Dann werden mir hier alle meine Aufgaben angezeigt. Das ist soweit nichts Neues. Aber was ich jetzt eben kann, und das ging vorher nicht, mit einem Rechtsklick zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, ich füge hier Aufgaben zu meinem Tag hinzu. Nochmal. Und jetzt kann ich hier eben auch die Liste wechseln von der normalen Aufgabenübersicht hin zu meinem Tag. Und das ist jetzt eben neu, dass das auch hier innerhalb von Outlook im Web funktioniert. Und jetzt habe ich hier so eine Art Tagesplanung, wo ich einfach noch Aufgaben hinzufügen kann. Nicht die lange Aufgabenliste, nur die Aufgabe für den heutigen Tag. So, für die, die das jetzt noch nicht kennen und noch nicht damit arbeiten, noch ein paar kleine Highlights. Also, ich kann aus einer E-Mail ganz einfach eine Aufgabe erstellen, indem ich sie auf die To-Do-Liste ziehe. Ich nehme mal diese E-Mail hier und ziehe sie mal hier drauf. Und dann kann ich eben einen Termin erstellen oder hier eine Aufgabe. So, schon erledigt aus der E-Mail ist hier eine Aufgabe geworden. Genauso wie die Quick-Steps eben in Outlook Desktop. Jetzt manchmal ist vielleicht hier der Betreff der E-Mail nicht aussagekräftig und detailliert genug, dass wir ihn als Titel der Aufgabe gleich übernehmen. Dann kann ich genauso hier eine Textpassage in der E-Mail entsprechend markieren und dann direkt daraus eben eine Aufgabe erstellen. und die dann auch habe ich gleich hier mit drauf. Noch eine dritte und letzte Möglichkeit. Klar, ich kann hier noch jetzt die Reihenfolge auch der Aufgaben ändern und so weiter. Dritte, die ich noch zeigen wollte, ich bin jetzt mit dem Kalender hier, mache mir hier auch mal meine Aufgaben entsprechend noch auf und wechsle hier dann nochmal auf meine Tagesplanung. Und wenn ich jetzt vielleicht nochmal konkret ein Zeitfenster mir hier reservieren möchte für die Aufgabe, kann ich die einfach dann entsprechend nehmen und hier auf den Kalender ziehen. Und mit dem Haken wird es dann markiert, dass es sich hier um eine To-Do-Aufgabe handelt. Jetzt habe ich einfach hier ein Zeitfenster eine Stunde reserviert, um dann diese Aufgabe abzuarbeiten. Und da sieht man, das Outlook im Web kommt von den Funktionen schon recht nah an Outlook Desktop ran. Also, es macht richtig Spaß. Du möchtest immer up-to-date bleiben, hast aber nicht viel Zeit? Dann abonniere jetzt unseren Kanal für die wichtigsten Updates rund um Microsoft 365. Dritte neue Funktion. Menü individualisieren in Outlook Web. Wenn wir hier im Posteingang sind, dann kann ich jetzt endlich auch festlegen, welche Funktionen im Funktionsmenü hier oben angezeigt worden sollen und welche nicht. Dazu klicke ich auf die drei Punkte hier und dann auf Anpassen. Das Anpassen ist jetzt eben neu, dieses Menü hier. Und hier kann ich jetzt mein persönliches Menü zusammenstellen. Zum Beispiel das Aufräumen brauche ich nicht. Die Junk-E-Mails brauche ich hier oben auch nicht. Man sieht, das wird hier direkt angepasst. Dafür möchte ich noch den Button mit Archivieren haben. Und jetzt kann ich über Speichern ist mir jetzt mein Menü hier entsprechend angepasst worden. Und ich bekomme nur noch die Funktionen angezeigt, die ich wirklich hier entsprechend brauche. Das finde ich extrem praktisch, weil einfach manche Funktionen von mir nicht benutzt werden. Und die kann ich dann hier alle ausblenden. Vierte neue Funktion. Boards in Outlook Web. Wie kommt man zu dieser neuen Funktion, zu den Boards? Also ich bin im Kalender hier und ich kann hier wechseln meine Ansichten. Da gibt es die klassischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht. Und das ist eben ganz neu, die Board-Ansicht. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also ich bin hier auf einem Board, wo ich verschiedene Dinge kombinieren kann, Elemente hier. Ich habe hier einen Kalender. Das kann ich auch anpassen hier und zum Beispiel sagen, ich will nicht die ganze Woche, ich will nur die Arbeitswoche hier. Hier habe ich jetzt Tipps, die kann man mal verschieben. Hier sind Aufgaben, wo es zu do ist. Ich kann auch die Elemente hier größer ziehen. Dann passt ein bisschen mehr rein. Ich kann auch die Tipps, wenn ich die nicht brauche, hier entfernen. Also ich kann hier ganz beliebig mehrere Elemente anordnen, die ich kombinieren will zu einem Board. Einfach für ein Projekt zum Beispiel oder für, wie ich halt arbeiten möchte. Ich kann hier sagen, ich füge mal weitere Dinge dem Board hinzu. Da sieht man, was es da alles gibt. Kalender-Aufgaben, Notizen, könnte jetzt mal spannend sein. Machen wir mal Notizen hier, können wir ein bisschen breiter machen. Dann kann ich einfach hier Ideen festhalten, die ich gerade spontan habe. Kann ich auch Bilder reinkopieren. Einfach hier so eine Art Notizfeld, das auch mit OneNote verbunden ist. Ich kann das jetzt auch hier einfarben, wenn ich es ein bisschen bunter gerne hätte. Das geht bei allen Elementen, die ich hier einfüge. Also Notizfeld. Was gibt es noch für Elemente? Ein Ziel hier. Ein Ziel festhalten. Also, was könnte ein Ziel sein? Angenommen, ich will irgendwie eine Server-Migration machen. Migration abgeschlossen bis Wochenende. So, jetzt kann ich ein Datum hier festlegen und sagen, bis Freitag will ich das Ganze geschafft haben. Das ist jetzt sehr schön. Jetzt zeigt er mir hier an, ein Countdown. Vier Tage. Solange habe ich Zeit, um mein Ziel zu erreichen. Und mir wird es auch im Kalender hier eingetragen. Migration abgeschlossen, je mit diesem Symbol von dieser Ziele-Box. Kann ich auch jetzt zum Beispiel hier die Farbe noch ändern. Können wir vielleicht grün machen. So, könnte ich jetzt auch verschieben hier. Aber lassen wir es einfach mal hier, ist gut. So. Was gibt es noch? Hier ein Beispiel vielleicht noch, eine Datei. Also, können wir mal eine Datei hier anhängen. Kann ich hier aus OneDrive auswählen. Gleich hier mit einem Vorschaubild. Schieben wir auch nach unten. Auch da können wir mal die Farbe vielleicht ändern. Machen wir blau. Gut. Und da sieht man, ich kann hier die ganz verschiedenen Elemente hier zu einem Board hinzufügen. Was es noch alles gibt. Hier eine Person kann ich hinzufügen. Standort, eine Verknüpfung. Ich kann mehrere Elemente zu einer Sammlung zusammenfügen und so weiter. Wenn ich fertig bin, kann ich die Ansicht auch hier sparren, dass man es nicht mehr verschieben kann. Aber ich kann hier auf einer großen Fläche einfach arbeiten und mir mein Projektboard zusammenstellen. Alles, was ich brauche, einfach um optimal zu arbeiten. Ich kann übrigens auch nicht nur ein Board anlegen. Ich kann auch hier mehrere Boards anlegen. Wenn ich mehrere Projekte habe, die ich vielleicht parallel, wenn ich an mehreren Zielen hier parallel arbeite, kann ich auch mehrere Boards anlegen. Total spannend. Gab es bisher gar nicht. Hier so eine Board-Funktion in Outlook. Das ist ganz neu. Ich finde es richtig interessant. Und da kann man mal weiter denken, für welche Use Cases man solche Boards auf jeden Fall verwenden kann. Spannend, was es da jetzt für neue Möglichkeiten gibt. Okay, das war es auch schon für dieses Update-Video von uns. Alle Updates für den Monat August, die ab jetzt verfügbar sind. Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, zwar jetzt so ein bisschen Outlook im Web-Schwerpunkt dieses Mal. Weniger Teams, mehr Outlook. Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, Outlook im Web auszuprobieren, für den habe ich noch eine Empfehlung. Wir haben ein spannendes Video auf unserem Kanal, und zwar ein Outlook im Web-Tutorial. Sieben geniale Funktionen, die in dem Outlook Windows noch fehlen. Also viel Spaß beim Anschauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine gute neue Woche. Und bis zum nächsten Video. Ciao.